Warte mal ganz kurz. Also das wird jetzt noch nicht angezeigt, Leute. Revie? Was denn? Leute, hier ist einmal der Link von Revie. 400 Abos haben wir doch schon oft vollgemacht. Ganz viel. So viel brauche ich jetzt nicht. Mach mal, mach mal. Ich will es eigentlich selber erreichen. Nein, nein, nein. Ich will, dass das jetzt vollgeht. Du kannst es nicht kontrollieren. Leute, alle bei Revie ein Abo auf YouTube da lassen. Hier ist der Link. So, assi, Alter. Das ist so nötig. Ne, ne, ne. Ich weiß, das gefällt dir gerade gar nicht. Aber es ist einfach so. Ich weiß ja, ich weiß ja. Ich will, dass das jetzt geknackt wird, weil das ist dann der Tag. Okay, warte. Stopp, stopp, stopp. Es ist voll. Es ist voll. 3 Millionen Abos auf YouTube, Junge. Glückwunsch, Mann. Oh Mann, Alter. Wie unnötig, Max. So scheiße von dir einfach, Alter. Oh, den Moment versaut. Geil, Alter. Ja, Chat, mega. Dankeschön, Leute. 3 Millionen Abonnenten. Glückwunsch, Revi. Hey, Max. Guck mal, Digga. Weißt du, wie lange ich... ...rass im deutschsprachigen Bereich. Holy scheiße, Junge. Ja, dankeschön, danke. Krass, Mann. Jetzt kann ich immer sagen, ich hab dich auf die 3... Glückwunsch, Revi. Mein Gott, mein Glückwunsch, Revi. Alter, ohne mich wärst du gar nicht. Ich hab nichts dafür getan, Alter, Max. Du warst jetzt einmal zur richtigen Stelle am richtigen Ort. Alter, 3 Millionen Abos, Mann. Holy scheiße. Hey, Chat, wie gesagt, riesiges Dankeschön an euch alle, aber... Aber... ...schau, das hat damit nichts zu tun. Du bist so ein scheiß Kerl, Alter. Das ist das Ding, guck mal. Ich hab das die ganze Zeit bei anderen Leuten gemacht. Ohne mich. Das war mein Ding. Das war mein Ding, andere Leute damit abzusch... ...von wegen, ich hab dir deine 3 Mios vollgemacht oder sowas, Leute. Aber, Max, ich schwöre dir, Alter, inschallah bei Gott. Ohne mich hättest du die 3 Millionen niemals geschafft. Das ist so krank lächerlich von dir. Das ist einfach so unnötig, Junge. Krass, Alter. Glückwunsch, Mann. Das ist echt heftig. Ich schwöre dir nicht. Also, 3 Millionen Abos und YouTube ist halt insane. Ich hab 3 Millionen Zweck und hab nicht mehr vernünftigen Haarschnitt gerade. Das ist so sch***, Alter. Ich hab gehofft, dass ich bis morgen warten kann. Ich hab gehofft, dass ich bis morgen warten kann, weil ich wollte morgen so ein richtig schönes... Ich hab Kaminfeuerholz gekauft. Wollte mich vor den Kamin setzen, ein bisschen heulen. Sagen, Leute, das bedeutet mir voll viel. Und dann wollte ich einfach nur auf mein Konto gucken und dann lachen so. Ah, ah, ah. Das bedeutet mir viel. Ah, ah, ah. Das wollte ich tun. Stattdessen nimmst du mir jetzt einfach diesen intimen Moment. Ich hab dich einfach genommen. Geil, Mann. Ich schwöre, das nächste Mal, wenn du Vater wirst, ich bin der Erste, der es rauszieht. Jetzt ist es raus. Ich seh es zuerst. Ich seh es zuerst, dein Kind. Das hast du jetzt davon. Ich werde dein Kind gebären. Ich werde dein Kind gebären. Ich werde dein Kind gebären. Jetzt ist es raus, Alter. Ach du, drei Millionen ist halt insane. Das haben halt nur ganz wenige, ne? Das ist schon wirklich krass, Alter, Leute. Das muss man dazu sagen. Also, drei Millionen Abonnenten, Alter. Ich müde mich jetzt mal... Als Minecraft-Only-Channel, das ist halt insane. Ist auch... Halt deine Fresse, das ist auch so... Ich müde mich jetzt mal ganz... Leute, ich müde mich jetzt mal ganz... Sagt mal ein paar Fotos von meiner Community, du Scheißkerl, Alter. So, liebste Community. Machen wir mal ganz was hier in Minecraft aus. Drei Millionen Abonnenten, Alter. Ich glaube, ich lade das hier sogar als Video hoch, weil es ganz fun hier ist. Passt mal auf. Drei Millionen Abonnenten ist für mich unglaublich krass. Drei Millionen Abonnenten bedeutet mir echt eine Menge, weil ich halt nicht nur weiß, dass das eine Zahl ist, sondern dahinter steht echt eine Menge, Menge krasse Arbeit, Alter. Wartet mal ganz kurz, Leute. Ich würde sogar jetzt gerne hier noch den Chat anblenden. Wie geht das? Riesiges, riesiges Dankeschön, Alter, für f***ing drei Millionen Abonnenten, Alter. Wenn ihr wüsstet, Mann, mein erster Kanal wurde erstellt am 28.11.2011. Holy s***, Alter. Leute, acht f***ing Jahre. Nach acht f***ing Jahren habe ich fast drei Millionen Abonnenten, Alter. Acht f***ing Jahre bin ich jetzt auf YouTube unterwegs, Alter. Acht f***ing Jahre. Acht Jahre, Leute, die ich auf YouTube bereits verbracht habe. Acht Jahre, über die ich so viele von euch kennengelernt habe. Acht Jahre, die mir so viel ermöglicht haben, Alter. Acht Jahre, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt haben. Acht Jahre, die mir so viel Kontakt zu so vielen unendlich korrekten Menschen geshared haben. Ich habe wirklich echt Freunde fürs Leben gefunden auf YouTube, Mann. Das meine ich ernst. Ich wüsste wirklich nicht, Alter, wo ich jetzt heute ohne Simon Unge und Broken Thumbs TV stände. Das ist einfach so, Leute. Ich muss ganz kurz... Es wird ein bisschen weird, dass ich da bei einer Banane esse, aber ich habe sauhunger gerade. Die sauen echt nicht mehr gut, oder? Aber ist egal, Leute. Simon Unge damals. Wie gesagt, Revi. Zieh den s*** durch, Alter. Zieh den s*** durch. Nach einem weiteren Jahr dann, meine Freunde. Revinzert Kanal war, glaube ich, jetzt 2013, wenn ich mich irre. Wir gucken mal ganz kurz. 5. 7. 2013. Vorher zwei Jahre einfach nur als Hobby gemacht. Von da an dann irgendwie durchgezogen. Leute, ich schwöre es euch. Ich bin euch so krank dankbar dafür, Alter. Ihr steht jetzt auch hier... Ja, Leute. Leute, ich habe die Mio auf Twitch auch noch gerade geknackt. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr, Leute. Okay. Ey, Leute. Ich schwöre es, Alter. Ich schwöre es. Ich komme nicht klar. Ich komme nicht klar, Mann. Ich schwöre es euch. Ich will jetzt nicht sentimental werden oder sowas, aber das ist wirklich was krass für mich, Mann. Das ist insane, Alter. Oh mein Gott, Leute. Okay. Also. 3 Millionen Abonnenten. 1 Millionen auf Twitch, Leute. Womit habe ich das verdient, Mann? Womit habe ich das verdient? Ich finde es so crazy, Mann, dass ihr mich die ganze Zeit unterstützt. Es gab Hoch- und Tiefs. Es gab verschiedensten Content auf meinen Kanälen und ich sage euch eins, meine Freunde. Der Wind ist immer noch nicht raus. Ich habe so Bock, gerade wenn ich du wäre und sowas und den ganzen Format-Kram auf Next Level zu heben, Alter. Richtig, richtig geilen Format-S*** zu machen. Auf sowas habe ich richtig Bock. Ich habe richtig Bock, weiter meinen ganzen anderen Grind weiterzuführen, Leute. Ich bin gerade sprachlos, Mann. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Alter. Wirklich. Das ist crazy, Alter. Das ist einfach insane, Alter. Das ist einfach insane. Ich hätte nicht damit gerechnet, Mann, dass ich es jemals so hoch schaffe. Versteht ihr, was ich meine? Ich habe damals angefangen, Leute, als irgendein random Bub aus dem Kinderzimmer, Alter, wo es im Sommer so todeswarm war. Aus dem Kinderzimmer. Wisst ihr, was ich meine? Einfach Content hochzuladen. Mit Freunden gespielt. So, Minecraft. Und jetzt bin ich hier. Sitz die gerade vor, weiß ich, 10.000 Live-Zuschauern, Alter. Was noch ein durchschnittlicher Stream für mich momentan ist. Weil normalerweise sind wir 15.000 bis 20.000 Leute. Was krank ist, Mann. Hab 3 Millionen Leute, die mir auf YouTube folgen, Alter. 1 Millionen Leute auf Twitch. Ich weiß nicht, wo ich bei Instagram gerade stehe. Ich glaube, 1,8 Millionen. Keine Ahnung, Leute. Das sind Zahlen, die ich mir niemals in meinem ganzen verdammten Leben, Alter, hätte erträumen können. Niemals, meine Freunde. Niemals. Wenn ihr gerade hier seid. By the way. Da fehlen mir noch die 2 Millionen. Da fehlen noch 150.000. Hehehe. Nein. Aber Spaß beiseite, Leute. Spaß beiseite. Das ist wirklich crazy. Man geht nicht mit der Intention an YouTube ran und sagt, so, ich werde jetzt erfolgreich. So funktioniert das nicht. Sondern wir haben alle angefangen aus einem Grund, weil es uns Spaß macht, Mann. Und ich bin einfach sprachlos, Alter. Ich bin sprachlos. Und verwundert zugleich, dass ich es wirklich so lange geschafft habe, diesen Scheiß hier durchzuziehen. Und dass ich wirklich so weit damit gekommen bin. F***ing 3 Millionen Menschen, Alter, die sich mein Content reinziehen. F***ing 3 Millionen Leute, die Bock haben, mich zu unterstützen. Ey, ihr müsst euch vorstellen, Leute, das ist das erste Mal, wo ich auf der Straße angesprochen worden bin. Das war für mich ein kranker Gänsehaut-Moment. Versteht ihr, was ich meine? Und ich bin all meinen Supportern krank dankbar. Aber ich muss hier an der Stelle nochmal ein gesondertes Dankeschön an Manuel, Malte und ganz besonders an Simon Unger aussprechen. Ich habe mit Simon letztens noch drüber gesprochen, Alter. Simon und ich, ich schwöre es euch, Leute, das ist eine richtig einger Freundschaft. Genauso wie das mit Manuel. Ich bin immer noch so mit ihnen so. Mit Malte habe ich leider momentan nicht mehr so viel zu tun. Aber das sind Leute, die haben mich von Anfang an unterstützt und die stehen heute noch zu mir. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann denen heute in die Augen gucken und sagen, das sind Menschen, die von Anfang an da waren für mich. Und das ist wirklich crazy, man. Wir sind durch so viele Phasen zusammengegangen. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben das Ufo gehabt, Leute. Wir hatten vorher die Chaos-WG im YouTube-Haus. Dann generell erstmal der Umzug ins YouTube-Haus. Ey, ich bin wegen *** YouTube bin ich erstmal in meine Traumstadt, in meine Geburtsstadt nach Köln gezogen. Ich wüsste wirklich nicht, Leute, wie krank unglücklich ich wäre, wenn ich diese Plattform und diese Möglichkeiten nicht gehabt hätte. Ich wüsste nicht, was ich tun sollte, meine Freunde. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste nur eine Sache. Mir würde etwas fehlen. Mir würde etwas fehlen. Mir würde das hier gerade fehlen. Denn genau diese Community zu haben, diesen Rückhalt von euch einfach, diese Leute kennengelernt zu haben. Mann, ich gehe jetzt gleich mit einem meiner besten Homos mit T, gehe ich gleich feiern. Ich schwöre, ich liebe die Jungs alle. Wisst ihr, was ich meine? Das ist alles was krank Besonderes für mich. Es geht da nicht nur um die Änderung meines Lebens und wie viel geilen Scheiß ich erlebt habe und wie geil Geld verdient wird. Sondern für mich macht YouTube folgendes aus. Ich kann hier meinen Scheiß machen. Ich kann hier tun lassen, was ich will. Ich kann hier meinen Content machen und ich habe so viele geile Leute kennengelernt, Alter. Und ich schwöre es euch, Trimax gehört mit dazu, Leute. Trimax gehört definitiv mit dazu. Trimax ist ein gottverdammter Ehrenbruder, der genauso dazugehört. Den habe ich genauso in mein Herz geschlossen, Alter. Max, ich muss mich an der Stelle auch einfach bei dir bedanken, Junge. Insane. Lasst euch eins gesagt sein, meine Freunde. Ich arbeite jetzt schon mit einem Team seit über einem Monat an einem Abo-Special. Und ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen länger brauchen. Ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen länger brauchen. Ich wachse momentan, glaube ich, mit 40.000 bis 50.000 Abonnenten im Monat. Letzten Monat waren es 90.000. Letzten Monat auch View-Rekord gehabt, Alter. Mit 46 Millionen Aufrufe. Wisst ihr, man denkt sich immer, es kann nicht noch weitergehen. Aber dann kommt ihr und zerlegt nochmal alles. Und ich bin euch tamam dafür dankbar. Wirklich, Leute. Das Abo-Special wird kommen und das Abo-Special wird extrem. Extrem insane. Das wird richtig, richtig geil. Da stecke ich mit Herz hinter. Da habe ich mit anderen Leuten zu tun. Das wird wirklich ein geiles Ding, Leute. Und ich bin euch todesdankbar dafür, Mann. Dass ihr schon so lange dabei seid, Mann. Hier sind Subs dabei auf Twitch. Ey, die sind seit 48 Monaten sind die am Start. Seit vier f*** Jahren. Wisst ihr, was ich meine? Da war ich ja niemand. Seit fünf Jahren teilweise. What the f***? Leute, ich küsse eure Augen. Ich bin euch wirklich sehr, sehr dankbar dafür, Alter. Wirklich. Folgt mir gerne auf Instagram. Instagram heiße ich auf Instagram, meine Freunde. Peace out. Das war's von dieser kleinen Ansage. Vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank für die Mio auf Twitch. Vielen Dank für drei Millionen auf YouTube. Und wartet auf das Abo-Special. Es wird insane. Ich hoffe, wir sind bald soweit, dass wir es releasen können. Vielen, vielen Dank, Mann. Wirklich. Ein aufrechtes Dankeschön vom ganzen Herzen. Kuss geht raus an alle meine Supporter. Kuss geht raus an alle meine YouTube-Kollegen, die nie Auge gemacht haben, die nie geneidet haben, die immer für mich da waren. Korrekt. Crazy. Crazy. Dankeschön, Leute. Wirklich. Dankeschön. Danke. Danke von ganzem Herzen. Leute, was soll ich dazu sagen, Mann? Insane. Insane. Alter, Reh, wie Glückwunsch. Digga, Dankeschön. Junge. Glückwunsch. Nochmal auf Twitch auf die Mio. Digga, auf Twitch noch die Mio. Ja, die kam jetzt wohl von dir, wa? Unnötig. Unnötig, aber geil. Unnötig, aber geil. Auf Twitch lass ich's mir sagen. Auf YouTube, da hast du nichts mehr so tun, Max. Da hab ich lange genug... Auf YouTube und auf Twitch, Mann. Insane, Alter. Insane. Auf uns, auf sowas. Da Aber egal oreosregulathe Mio. Da greifen. In übersiti. Da gleiche Enough geht Ihnen. Da Le T Es. Da ist 서�of' F whale